Guten Abend meine Damen und Herren und wieder hat die Direktion weder Mühe noch Kosten gescheut und so präsentieren wir Ihnen heute Charlie am Schlagzeug und Ingo am Bass oder wie oder was dann unseren Gottfried am Piano Forte und den reizenden Jörn Christoph am Bagno Danke Chargo Lonzo der Teufelsgager von Eppendorf Das ist ne Trompete Monster bitte raus Charlies Tate schüttelt das Rohr und die Monster Queen am Tambourin Fritz Guillaume am Metronom Hubert bitte nicht jetzt Das ist der chinesische Verkehrsminister Umleitung Son Gitarero ist ein echter Caballero Dreh mal lauter Franz Rubinstein hat Flügel Den gefangenen Chor von Timbuktu Und Sie mein junger Mann, Sie junger Mann kriegen heute kein Geld Also sowas als Sau Noch ein Gehirngedeck für die Dame da hinten im Bart Für gute Laune sorgt die Posaune Noch mal Guillaume, jetzt bläst der Susa von Unsere reizende Carmen kennt kein Erbarmen Viele Leute, manche kenne ich Toilette 20 Pfennig Ja meine Damen und Herren und später präsentieren wir Ihnen unsere große Mitternachtsshow Doch selbst können Sie mit eigenen Augen sehen und hören Zunächst unsere bezaubernde Jeannette aus Paris Dann die Los Quattro Anonymos Gekonnte Artistik mit Netz Hubert der Lachsack Bekannt von Film, Funk, Bühne und Fernsehen Und dann die Attraktion des heutigen Abends Die Worten Pornorosa mit ihrer Schau Sagt Pauli ist die Markt nicht wert Die Rentnerband, meine Damen und Herren Die Rentnerband spielt zunächst zum Tanz Die Rentnerband, bitteschön Die Rentnerband, meine Damen und Herren